hallo und herzlich willkommen zurück bei olgas kleiner porno show genau beim minecraft ich kenne die map noch gar nicht hatten wir die schon mal ich kenne die normale version davon nur ich auch das ist die minecraft version davon das für eine kenne gar nicht auch nicht sehr schön du kannst du sowieso nicht lesen die kugeln bei den ex ab wie von wenden oder sowas weil ich habe die kugel paar mal wegfliegen sehen mal ist ja ich bin der traiter detektive er akte 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 und ausgangs und schweinchen soll also wenn ich drücke der kreis von der haupt aber auch noch nicht aber er war eine kreis Darf man jetzt hier umbringen oder was? Nein! Nein! Wir können bloß die Waffe nicht wegziehen und haben unendlich Munition. Das ist Pistole und Huge. Alles klar. Die Pistole kannst du gegen den Siegel upgraden, aber die Huge wirst du nicht mehr los. Na wenigstens etwas. Die Hugel. Wow! Erstmal den Siegel finden. Da kommt ein Schwein angefahren! Was? WTF? Schade. Wer hat das Schwein rausgelassen? Ich war's nicht. Alter, geh weg, dich. Lass die Sau raus. Ich bin jetzt irritiert, dass er durch Türen durchgehen kann. Man kann auch durch Türen durchschießen, okay? Ja, dann sind die Koleisen-Schlüssen scheiße. Brandgranate da hinten zur SG. Hakenholz SG, was ich erst gedacht habe. Oh, hallo. Irgendwo ist der Plasma? Ja. Oh, ich glaube da ist was explodiert. Das Schwein kommt wieder! Leg das Schwein um! Schweine schlitzeln für alle! Oh, was? Oh, was? Das Schwein explodiert! Was? Ich glaube da ist gerade noch nicht gestorben. Ja, ich, der Detective. Aber ich hatte... Nein, ich sah auf den ersten Blick danach aus. Wir sind irgendwo ohne Diegel. Kotzen. Stand denn bei dir, wer nicht getötet hat? Oder stand nur durch die Welt getötet? Weiß ich nicht, habe ich gerade nicht gesehen. Ich muss erst mal meine Leiche finden. Die war hier, glaube ich. Das müsste doch im Chat nochmal stehen. Ja, wenn du wiederkommst, dann ist deine Leiche weg. Durch die Welt rausgeschaltet. Aber ich bin hier vorne, in der Ecke, nur klatscht. Wir können das testen mit dem Schwein. Hm. Ich finde einfach keine Diegel. Zum Heu. Zum Heu. What the fuck? Ich habe etwas witziges herausgefunden. Ich bin Detective, ne? Ja. Ich brauche gar keine Negev haben. Ich habe die Negev einfach weggeworfen und mir eine LP5 genommen. Ne, das liegt daran, dass du respawn bist. Ach geil, sehr schön. Arschloch. Uncool. Ja, ich bin von der Masse abhängig. Außer machst du nicht die Negev, sondern äh. Huge. Uge. Da ist jemand gestorben. Was? Wo ist einer gestorben? Ich würde es gerne sehen. Das weiß ich nicht. Ich bin auf Date drauf gefallen. Er stand im Wasser und ich bin auf sein Kopf gefallen. Äh, was geht mit dem Schwein? What the fuck? Es explodiert angeblich. Du hast Date mit Boombastor? Also Arschloch explodiert jetzt nicht mehr. Ja. Ich bin dadurch einfach verweckt. Ich bin voll auf seinen Kopf gefallen. Warum zuhören, seid ihr alle hurt? Kann das jemand bezeugen, dass das Schwein wirklich nicht mehr explodiert? Ich schiebe es die ganze Zeit an jedes Mal. Ich habe das Vieh gerade zum ersten Mal gesehen. Nein, ich wette Schwein explodiert nicht. Weil alle so nah beieinander waren, glaube ich, dass irgendjemand mit einer Melon Launcher drauf geballert hat. Ja, aber das ist auch nicht durch Welt ausgeschaltet. Glaub schon, oder? Ne, ne. Melon Launcher ist nicht durch Welt. Ne. Horax, guck mir an, oder? Okay, irgendwie gibt es keine Diegel. Und die Pitchen? Es gibt keine Diegel hier auf dem Server. Doch. Ich habe schon eine. Okay, aber ich finde einfach keine mehr. Ich habe schon drei, vier Stück liegen sehen hier. Überall. Ich wollte das Schwein... Das Schwein ist gemein gefährlich. Hallo. Ich wollte das Schwein reiten. Axel, 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 Axel ist hier. Hast du eine Diegel für mich? Nein. Nein, ich habe keine Diegel. Geh weg. Geh weg, du Schwein. Du Schwein. Wie kommt man zum Wasser? Welchem Wasser? Mal, das hält erstmal runter. Aha, Werbung. Ja, ich habe ihn. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Labbein macht PL. Derp. Hm. Da, hier, hier, hier. Da, hier, hier, hier. Axel, ist es. Axel? Hängt noch zwei mitgenommen. Scheisse, der kriegt gleich Second Chance. Er hat Second Chance. Ja, wo ist er? Was geht mit dir aber ich muss jetzt auch Ich muss noch keine Hübsch mehr haben Da oben Fuck, fuck Hab ihn Sehr schön Sorry mal da Was zur Hölle Achsel, warum ich? Ich musste nur meine Hand auf den Roller Ich würde nicht nur aufhalten Ja, Alter, Nitrox Jump einfach auf mich drauf Ich bin voll auf deinen Kopf gefallen Und auf einmal warst du tot Nitrox, schnell dich selber Los Do it Don't do it Kurze Frage, wo ihr vorhin meinte, das Schwein ist ausgerastet Was hat denn das gemacht? Das ist explodiert Achso Die hatte ich halt gezündet Hallo Ganja Ich hab's vorhin auch nochmal aktiviert und da meinten die, das Schwein ist ausgerastet Der Schwein ist ausgerastet Ziiiiiii Hallo Korax Na? Ziiiiiii Geile Du geile Schnittel du Mal, 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 mal Was? Das ist es mir wert Ja, dann ist das eventuell einfach Hinni Keine Angst davor, dass das Schwein explodiert Achso, hier, für den, der gesagt hat, durch die Türen und keine Collision und sowas Ähm, also ich denke mal, die Türen haben Kollision Henni, bleibt mal stehen Die Türen gehen automatisch auf Oh Äh, wie bist du jetzt zum Detektiv geworden? Durch den Detektiv-Ball Durch den Detektiv-Ball Achso, okay Henni, bleibt doch nicht so stehen Henni, bleibt doch nicht so stehen Henni, bleibt doch nicht so stehen Leute, entspannt euch alle mal ein bisschen und seid mal ein bisschen Henni ist jetzt auch Dete, wir haben jetzt drei Detektive Ich will auch Dete sein Tschüss Dann musst du erstmal runterkommen, du played hast Nein, das Schwein, das Schwein Nein, das Schwein, das Schwein bau siegen alle weg Hä? Drei Dete? Oh non Oh, wer hat das denn gekauft? Eddie war's, Eddie war's Ich hatte gar keine Ich hab Heni zum Detektiv gemacht, Heni war's Henni, du dreckige Anheilenlutte Wie viel Karma hab ich? Zu wenig Ach, jetzt schmeiß ich auch noch mal eine Waffe weg Wir sehen jetzt den Häuschen von Dr. Wolfbergs, Mann. Aber es geht mit dieser seitlichen Nicke, kann ich eher leben, als wenn alles verkehrt ist. Friendship! Das ist ja mit dem, mit Zeitwurz super Orgut, dem auszuweichen. Ist jemand gestorben? Nein. Vorsicht, Vorsicht geht er nicht rein. Ich bin tot. Ach, das war Dings bestimmt hier. Wie heißt denn der jetzt? Axel! Kaxel? Ja, tötet mich, hier, komm, tötet mich, hier. Alter Schwein ist gerade explodiert. Hier, Neo, tötet mich. Er schießt auf mich. Ja, ich, du hast doch gesagt, sie sollen nicht alle erschießen. Nee, die Täters sollen mich erschießen. Ach so. Besonders auf mich wird geschossen, ne? Ich wurde gerade als Traitor verdächtig, also sollen die Bändern mit die Täters mich töten. Nein, ich will auf mein Schwein reiten. Jetzt kannst du es ja auch. Oh Gott, fuck den Denner, Mann. Dave? 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 I don't trust you. Ja, passiert. Das Ding ist einfach, dass ich, ah, sein Herz, Krems. Das liegt ja daran, dass Hini einfach die Kette unterbrechen musste mit dem D-Test. Ohne Torsion. Hini musste ja cool sein. Soll, wer schießt da auf? Ganja, was machst du da? Ich stell mich nicht weg. Da war einer hinterm Waffenladen, hinterm Waffenladen. Der Malle im Deck. Ja, ich weiß, ich guck hier auch nur, was hier abgeht. Ich wurde gerade im Waffenladen eingeschlossen, ich wollte da hinten gucken gehen. Ja, der ist runtergefallen oder? Ja, der wurde runtergeschossen. Warte mal, ist da DNA dran? Weiß ich nicht. Guck doch. Also, Xyf war die ganze Zeit oben drauf mit ihm. Xyf? Hä, ich war, er wurde von unten erschossen. Nein. Ne, da war keine DNA. Doch, er wurde von unten erschossen, hinterm Waffenladen. Vorsicht, Malle, Sniper. So, ich glaub jetzt ist der Maffenladen wieder offen, ja okay. Äh, ich bin ja 80, ich hab die ex ganze Zeit in der Hand gehabt. Xyf hat jetzt die ganze Zeit nix in der Hand gehabt, hat jetzt die Diegel rausgenommen. Boah, ich hab die ganze Zeit in der Hand gehabt. Dave? Ja? Was ist mit mir? Du kleine böses Ding. Malle? Ich hab doch gerade gesagt, ich wollte hier eingeschossen, ich wollte gucken gehen. Ich war nämlich gerade unten drunter. Ich schieß auf Schwein. Ich schieß auf Schwein. Ich bin jetzt hier aus dem Untergrund hochgekommen und wollte halt gucken gehen. Und dann wurde ich hier drin eingesperrt. Und die Karte ist halt super klein. Ich glaub, ich hatte halt vorhin echt als Schweinler den Gedanken, dass es viel zu klein ist, weil die Leute die ganze Zeit auf einem Platz sind. Und man kann halt nicht ein nach dem anderen irgendwie heimlich ausschalten. Das ist halt schon ein bisschen nervig, glaub ich. Moment, guck mal in Axels Leiche rein. Da müsste drinstehen, wen er zuletzt gesehen hat. Ich trau Axel zu, dass er wenigstens seinen Mörder noch gesehen hat. Wenn's danach geht, hat er mich zuletzt gesehen. Oder mich. Fuck. Weil ich da hinterhin stand. Nein, da steht ja wirklich drin, wen er zuletzt gesehen hat. Ne, das war ich. Chorax aimt mich schon wieder ab mit seiner Schrotze. Oh, Xyv hämmelt jetzt auch bei Mörder. Oh, die Xyv, kein Stück drauf. Ich hab auch nie einer. Es ist Dave, es ist Dave, es ist Dave, es ist Dave. Sehr schön, wer ist Dave. Wer ist Dave? Welches Dave hat er? Ich hab ihn getötet. Guck mal einer gleich nach seiner Leiche. Ich muss mal kurz was gucken. Wer lebt denn jetzt alles? Ja, das ist ein Deathranger. Ne, ne, ich hab ihn umgeknallt, ich hab Punkte dafür gekriegt. Auf'n Dach, auf'n Dach, auf'n Dach, auf'n Dach, auf'n Dach, auf'n Dach, auf'n Dach. Der von dem Frauenhaus, da hat grad, da wurde jemand grad umgehauen. Ja. Völlig ne Leiche. Ja, dann war's Xyv. Dann ist es Xyv. Dieses kleine dreckige Nuttchen. Xyv? Fass Axel, fass. Ich bin auch hier. Axel? Los, fass. Axel ist auch schon tot, ey. Nein, den hab ich wieder geholt. Achso. Der hat mir ja Credits gegeben. Werde ich erschossen, Axel. Darf ich das, darf ich das sagen? Ja. Natürlich darfst du das sagen. Wer ihn erschossen hat, darf er sagen. Er darf nur nicht den anderen nennen. Ähm, also im Chat steht, du wurdest von Nitro getötet. Eddy! Ähm, hallo? Waren wir die Füße auf Traitor? Nein. Hallo? Guck doch mal rein in die Liste, du voll Spacken. Du wurdest von Nitro getötetet? Ja, erledigt. Olle innocent. Ah, okay, dann Redia. Dann steht das bei dir gar nicht drin. Ich bin, ich bin Detective. Noll bist wieder da, hallo. Hallo, hört mir immer zu. Alter, wer ist das? Du bist das wichtig hinter dir. Wo du bist du nicht korrekt gesetzt? Von Fabi? Nee, 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 nee. Dave hatte mich vorhin gerade noch mal getötet. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Gut, dass ich noch meine Second Chance hatte. Also ist Dave. Oder was? Dave ist auf jeden Fall. Ja, Dave auf jeden Fall. Ja, das macht mich so kirre. Da ist Dave. Hinterm Haus da unten. Alter, Alter. Ja! Der Death Ringer, Death Ringer. Keine Munition mehr. Fuck. Ja, wo ist der denn? Hinterm Haus, Death Ringer. Oh, Eddie, das bist du verdammt. Geh doch weg da. Ja, Death Ringer. Oder, äh, Fabi war das, ne? Ne, das war hier, äh, Dave. Fabi. Hilf ist bei mir. Oh, der hat Second Chance. Komm wieder hin? Nein, nee, nee, nee. Sag mal, Zyv, warum schießt du auf mich? Hab ich gar nicht. War oft zu lügen, Manka. Hilf ist übrigens, Traitor. Der sich hinterm Haus versteckt. Ja, schieß mir doch. Was glaubst du, was ich vorhabe, du bitch? Was glaubst du, was ich vorhabe, du bitch? Ja, da passt das und könnte ich ihn. Zyv, du kleines, dreckiges Fickvieh. Kleine, dreckige Nutte. Ein bisschen zu spät, wa? Ja, Zyv hattest du ihn umgebracht, als du jetzt gewinnt. Ja, sie konnte kaum was machen, wenn die diese scheiße Seiten laufen, ey. Ja, außerdem ist die Karte einfach viel zu klein. Zyv, ich vertraue ihnen nie wieder. Ähm, wir hatten jetzt zwei mal den, äh, Dings, lass das jetzt mal bitte. Ja, lass mal den Render mal ein bisschen raus. Oh, boah. Zwischendurch kommt aber auch was Lustiges. Ja, siehst du dann einfach klein, wenn alle Leute aufeinander, weil dann auch keiner unten durchgeht in so'n Shit. Ich weiß nicht mal, ob wir da oben drin sind. Nee, also ich find, wir waren schon recht durcheinander. Hm, es waren immer mindestens zwei Leute auf einem Haufen. Ja. Da kannst du ja nichts machen. Ja, da musst du einfach nur zwei Leute kehren. Ah, hab ich Kopfschmerzen. Ja, aber dann hat in der Zeit noch einer... Du hast Kopfschmerzen. Ja, irgendeiner sagt das dann halt schon, wer du bist, und das ist halt... Kopfschmerzen. Will ich's nicht hier auf einmal los. Na, farby? Halt die Fresse, verpiss dich. Ja, du Nutte. Geh weg. Henni, komm runter. Hast du ja verangst? Was hast du verangst? Geh! Geh! Axel, 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 Kauf einen Dätebau, mach einen Däte. Das Schwein kommt. Schwein! Oh, Alter. Was ist er oink? Was ist er oink? Oh nein, Farby. Alles klar, ich hab den Ball benutzt. Ich hab's verdient, dass ich einen Däte bern. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Ja, seite mal ruhig. Ich will... Okay, er ist jetzt mit dir drüber unten. Henni, ich hab's verdient. Piss dich. Kann ich dich da runterschmeißen? Danke. Wir hätten hier schon wieder mit den Tiefeln geschossen. Gehst du jetzt mal weg? Komm, du magst mich doch. Du hast mir doch lieb. Oh, danke. Hast du wieder drei Däte? Wie war das von dem Dätebau? Mark, dafür kochst du mir einen Visualizer. Ne, ist zu spät. So viele Dätes ist halt auch ranzig. Für Dätes. Ach, wirklich? Yes. Ja. Leute, wie war das auch noch mit dem Dätebau? Entweder Däte oder Traitor, ne? Ja. Vorsicht, Schwein. Vorsicht, Tupik. Vorsicht, Schweins? Na, Eddie? Spineys. Na? Hab ich an dir vorbeigemoffen, Dave? Hör, also ist er an. Naaah. Er scheint. Oh, Alter. Warte mal. Er ist bestimmt Traitor. Ich hab auf dich... Nein, ich hab an dir vorbeigeworfen. Na, Nitro? Na, Nitro? Ja, was willst du? Was? Was willst du? Scheiß dich denn. Leute, ich hab Korak fast ins Gesicht geschossen. Alter. Nein, da steht ja nicht, dass du okay bist. Ist glaub schon länger vorbei. Ich hab an dir vorbeigeworfen. Aus Versehen. Na, Xiv, na? 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 Gibt es so viele Gaps? Ich möchte Xiv umranzen. Mach doch. Ja, dann mach das doch. Traur dich doch. Alter, Henni hör auf damit! Alte Kackfasszeug. Henni, das ist so. Henni, das ist so! Loll. Loll. Er ist tot. Henni hat Fallschaden bekommen. Ja, ich bin tot. Henni ist tot. Was ist das denn? Ist es wirklich? Na? Oh, hallo Eddy. Na? Na? Wie geht's dir, Eddy? Was ist denn hier los? Geht doch mal weg, ey. Geht doch mal weg, ey. Ein Baby und vier Leute sind tot. Weg da. Oh, oh. Entschuldigung, Entschuldigung, das war ich. Junge. Da ist zwar eine Plasma mitten in die Leute. Von wem? Wo sind da denn Leute? Von wem? Von Xiv? Dann ist Xiv Gau, ey. Also, der ganze hat gerade... Hier, Kohl ist es, weil die Nutte immer wenn er... Ich mag dich gerade einfach nur nicht. Ja, ich hau dich weg, ey. Soweit ich dich sehe, hast du dir eine Schrottselle in der Fresse. Toll. Ihr seid doch alle klar. Alter, was ist denn hier eigentlich los? Alter. Dann drehst du dich um und dann brennt das hier einfach. Mit Stemm. Mit Stemm. Du bist Traitor. Du bist Traitor. Was? Fällt mir überhaupt einer? Wer geht's? Guckt euch mal den David an, wie der David tanzen kann. Was ist der hell, ist kaputt mein Ding? Ich weiß, er möchte Traitor werden sollen, aber ich... Ähm, Müll, ähm, Müll, ähm... ...detektiv werden sollen, aber ich will ihn trotzdem abschließen. So, was? Was? Da ist sogar... Eddie, es ist Eddie, es ist Eddie, es ist Eddie, es ist... Was für die Scheiße, Mann! Fick dich, Mann, ich hasse dich, Axel. Bist du mir leid? Fick dich! Fick dich! Oh, der Mellow Launcher hat mir dann... Oh, fuck! Du hast erschossen! Nitro! Du bist... Ey, da, was ist denn hier auf einmal los? Bist du leid? Meine Fresse. Ähm, Dave, wo hast du das Ding her? Typ bist bei mir. Das ist aber gerade von der Leiche von... Wer wurde da auch mal erschossen? Hier ist ein Atom, warte. Womit? Oh Gott, Nitro, es tut mir leid. Süd wurde womit erschossen? Neo wurde erschossen mit... ...nem Shotgun. Neo läuft mit den Dings weg. Ne, auch ein Shotgun. Ne, das ist es cool, das ist es! Nein, du! Das sag ich nicht! Ja, das ist jetzt echt scheiße gewesen. What the fuck? Wie kamst du jetzt drauf, dass ich es war? Ja, ich weiß. Nur weil ich die Waffe gewechselt hab? Nein! Irgendwo auf dem Dach wurde einer erschossen. Du kamst da gerade vorbei mit einer Schriftfinder runter. Und ich bin hier hinterher gelaufen. Dann wurde gesagt, er wurde mit einer Schriftfinder erschossen. Du bist vom Dach runtergekommen ohne den zu... ...confirmen. Somit... ...logische Schlussfolgerung. Du bist... ...der Typ gewesen. Der T. Ihr habt alle doch Durchfall, ey. Ihr wurd... Nidro durchfall. Wollte mein ich. Und äh... Woher ich den Melonauter hatte, den hatte ich Nitois abgezogen. Ich glaub... Ich glaub... Du hättest fast nicht mit Eddie gekillt als geschossen. Oh, ich bin Lete. Na, Henny? Na? Na, Henny? Na? Na, Henny? Na? Und Nidro hast du mir immer noch leid. Nö, verpiss dich. Wenn du mir zu nahe kommst, schießt dich einfach. Verpiss dich, Xy! Wenn du mir jetzt noch näher kommst! Alter! Was? Guck mal, da haben Fabian sich schon in Hosen gemacht. Alter, Xy, hau ab. Ich hab 145 Schuss, die pump ich alle in deinen Anus. Ey, Nitro! Alter, ich hab noch 150, da mach ich mit. Verpiss dich. Na, Nitro? Verpiss dich. Na, Nitro? Verpiss... Dave, magst du mich zum Date machen? Ohhhh... Ich glaub, wir werden alle keine Freunde mehr. Komm, töte mich. Komm! Ja, Ganja, was hast du mir da für ne Granate ergeben? Das war ne... Das war ne... Das war ne... WTF? Hier, hier, hier! Wo ist der denn? Okay, Eddie ist tot. Da oben aufm Dach! Da oben aufm Dach! Aufm Dach! Aufm Dach! Auf den... Was zur Hölle? Da oben aufm Dach ist er! Alter, wer schießt dann mit einem normalen HPP? Das ist doch Diedel. 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 Der ist aufm Dach immer noch. Was ist los hier? Wo ist er denn? Aufm Dach! Hä 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 hä, ich bin doch verwirrt. Wer denn? Hindi! Dankeschön. Also Hindi ist Kauwes. Den mach ich jetzt kaputt. Hindi Toys ist es. Ja okay, ich hab hier keine... Hindi, komm bei Fuß! Was bedeutet, wenn da dran steht Dangerous und Reputable und sowas? Na ja, das kommt aufs Karma an. Passe. Loll! Oh, Entschuldigung! Wow, Alter! Ganser bist du vergiftet? Nein! Nein! Ist er hier immer noch aufm Dach oder was? Das will ich ja grad... Alter! Au! Mark! Ne, wo ist es? Ne, wo ist es? Ach als Maul! Ich bin's die! Ich hab nicht gesehen, wie du Korax geskillt hast! Dem hier ist auf dem Waffenland drauf! Ich hab gar nichts gemacht! Niemals! Such dir ein anderes Opfer! Syf! Ich hab hier nie gelegt! Weißt du jetzt so nicht, ob der... weiter war oder nicht! Ah, geh weg! Das ist echt uncool, Dete! Echt uncool! Stirb einfach! Wo ist er? Wo ist er? Ach, Fetz, Maul! Geh weg! Wer ist der letzte? Neo, ne? Nein! Wer lebt denn jetzt noch? Ganja ist es! Er schießt auf uns! Aaaaah! Aaaaah! Ja, nicht g'schief! Wurde gemacht! Ich hab da so ne Aufnahme g'schief! Wie du abgeknallt wurden! Haha! Hab auch nur beglückt! Das hat mich richtig befriedigt! Henni, wirst du auch drauf? Ja, ich bin mit dem Flopper auf euch beide drauf gesprungen! Ja! Haben wir gemacht! Schön gemacht! Danke! Ich dachte, er ist hier, äh, Nitro hat mich gekehlt gehabt! Wie kommt man da hinten auf den Waffenladen oben drauf? Mit dem Flopper und den Boots kommst du überall drauf! Okay! Für Dave muss das richtig bescheuert ausgesehen haben, weil der hat mich ja immer verfolgt! Ja, also ich hab halt einfach nur gesehen, weißt du, du fliegst da so auf die Leute zu! Ich dachte mir, so kann man doch gar nicht springen! Und dann sterben die beiden! Und ich dachte mir so, ach ja, stimmt! Flopper! Und Boots! Scheiße! Ich hätte sie sich retten können! Weg dich! Ich bin tot! Warum? Warum bist du denn jetzt schon tot? Ich will DT werden! DT! Und warum ist tot das eigentlich? Dann dreh dich doch mal um, Fabi! Alter, verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Piss dich! Oh, Hinny, du bist Date! Gib mir nen Date Ball! Werf den Date Ball! Werf den Date Ball! Werf den Date Ball, Hinny! Gib mir mal einen Moment! Süff, dre dich um! Axel, nein! Neos! Neos, tauschen wir! Axel, tauschen wir! Tauschen wir, Neos! Ich hab Angst vor euch beiden! Erstmal muss ich mit Hinny mal nen Deal machen, ja? Erst tauschen wir! Nein, ich warte gerade auf Hinny! Drei! Die fällt vor mir! Ich muss sie mit Granada rein! So, wer von euch beiden will den Detective Ball? Ich, 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 ich! Alter! Was? Ich will nur meinen Laser schwer schlagen! Nein, ihn um, wenn er, äh, wenn er Detective geworden ist, damit ich mir den Credit rausholen kann! Oh, schuldigung! Also, wenn du Traitor bist, ne? Oh, schuldigung! Ich darf doch kein Mist zum, äh, Traitor machen! Juckt mich auch nicht! Ich will nur die G3 haben! Marc, aber kauf keinen neuen Date Ball, bitte! Jo! Gib mir die G3! Nein! Geh weg! Du kommst ja nicht raus! Ich bin Date, Axel! Geh weg! Was ist da oben denn los? Ich will die G3 haben! Ich bin Date, lass mich hier in Ruhe! Hallo, Xyv! Du bist Xyv! Ich schieß ja nicht auf dich, wenn du die G3 haben! Äh, die G3 ist doch die SG irgendwas, ne? Hoi, hey! Nein! G3 SG1! Ja, genau! Achso! Ach, was? Die SG werden die Xyv! Alter! Was? Oh nein! Ja, perfekt! Alle anderen suchen sich einen Partner, die Ds gehen weg! Geh weg! Nein, such den anderen Partner, ich bin Date! Geh weg! Such den anderen Partner, ich bin Date! Junge! Ja, egal! Geh mir nicht auf uns! Oh ja! Drecksrandom-Ding! Na, Neo? Oh, Xyv ist tot, das freut mir! Geh weg! Ich hab keinen Spaß! Lass mich in Ruhe! Bitte, 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 dass wir explodieren! Das schweigt auf Vorsicht! Bitte, bitte! Wir werden weggehen, das sind alle zu! Haha! Nein, was ich tun! Schade! Alles explodieren! Ich hab ne Health Station auf die Straße gestellt, ne? Falls irgendjemand angeschossen ist! Na, Male, wie warst du zu explodieren? Oh, man! Hä? Falls jemand angeschossen ist, kann er sich einfach an der Health Station hallen! Ich glaub, Neo ist Traitor! Hä? Was glaubst du? Moment, Fabi, oder? Hä? Nix da! Ihr beide könnt euch duellieren! Wer? Ja eben! Wer? Dodo und Axel! Axel! Komm her! Ich hab das Gefühl, Axel löst uns! Nein, nein! Unsicher! Ah! Scheiß explodieren, ey! Netter Schuss! Scheiß drecks Pissier! Warum explodierst du nicht, Hini? Aua! Nein! Mal damit! Normalerweise müsstest du explodieren! Ich hab dich umgebracht vielleicht! Ey, ich hab 30 Sekunden sind das gewesen! Die sind schon lange vorbei gewesen! Ja, die waren nämlich vorbei! Leute, reingehaut und auf Wiederschö! Tschödelü! Wohin?